So, jetzt geht's mal, mein Ed, kommen wir zurück zu... Boah, dann ist es zwei. Ähm, hm. Da. Adios. Hä? Moment mal. Moment mal. Züge sind da, zerstört zu werden. Jeden Tag schickt der Sheriff von Lynchwood alles Iridium, das sie aus der Mine geholt haben, zu Jack. Damit ist heute Schluss. Du wirst den Zug in die Luft jahren, mit dem es das Zeug transportiert wird. Das ist schön für dich. Nervt mich nicht. Ach Gott. So, Abbruchlager. Haha. Okay. Tierrettung, Futter. Ich glaube, es ist, wenn man hier lang geht, oder? Bestimmt. 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 Aber die sind böse. Ja. Nein. Nö. Sagt ihm, er soll es freiwillig melden. Andernfalls wird der Sheriff es unter Folter aus ihm herauskitzelt. Ich meine es nur gut, Leute. Oh je. Das sieht aber nicht gut aus. Die alte Mine. Aber schon einfach gar nicht gut aus. Komm ich irgendwo hoch? Scheiße. Ich habe so das Gefühl, dass das... Ah ja, das ist ein... Ah ja, das ist ein reiner... Reiner One Way. Alles klar. Gut zu wissen. Hätte ja sein können. Aber naja, gut. Dann geht es wieder zurück. Was war das hier? Skag-Blut? Äh, wie bitte? Ach so, ich verstehe. Aber der... Nee, dann ist der leider zu schlecht. Weil mein Schritt gibt mir noch 500 extra Leben. Und das ist leider ein bisschen besser. Bessere. So, hi. Na. Wie wäre es, wenn ihr nicht immer so viel essen würdet? Dann kotzt ihr auch nicht immer so viel. So, tschüss. Tee. Ja, sie versuchen es. Wie süß. So. Dankeschön. Dev. Die Todesrein-Raffinerie. Ah, cool. Was ist das? Warum sie? Ich bin nur einer, ne? Wisst ihr das? Ja. Wahrscheinlich wissen sie das gar nicht. Oder vielleicht ziehen sie doppelt, weil sie bewunken sind. Könnte alles sein. Alles möglich. So, alles klar. Wunderbar. Wunderbar, 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 wunderbar. Wunderbar, 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 wunderbar. Was ist hier drin? Gut. Alles klar. Gut. Gut zu wissen. Dann nehmen wir mal Skagfutter auf. Äh, wie bitte? Was zum verdammter Teufel? Tja. Äh, was zum Teufel? Äh, alles klar. Alles klar. Wie? Hä? Was ist da jetzt? Wo ist da jetzt Skagfutter? Ach so. Yeah. Was? Uh oh. Los! Okay. Ah. Ah. Oh oh. Ja. Alles klar. Ich bin nicht immer vergraben, ne. Bis zum Teufel. Ah, ja, 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 ja. Ha, ha. Mein Gott. Oh, oh. Du dreckige Ratte. Du dreckige Schimmelratte. So, ich warte. Ich warte auf mehr Gegner. Alles sehr langweilig hier. Warum ist hier nichts mehr? Kommt noch her. Oh, ja. Tod. Was? Aufnehmen? Ich kann gar nichts mehr aufnehmen. Hehehe. Okay. Ah, da ist einer. Da ist wieder ein Kollege. Oh, 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 oh. Ja. Aua. Oh, 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 oh. Hm. Na, spürt ihr auch? Seid ihr auch so richtig im... im... Spiel. Ja. Ja, komm schon. Oh, keine Muni mehr. Ah, das ist gar nicht gut. Los, gib mir Wuti. Och, essen. 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 Warum gibt es hier genügend was zu essen? Oh, was ist das denn? Frage Markus eine Waffe, die als The Bane bekannt ist. Oh. Ach so. Ach, hier hätte ich auch hin müssen. Alles klar. Cool. Abgefahren. Piss off. Nee. Sehr cool. Ja, schau. So funktioniert es, Leute. So. Einfach mal so hier nebenbei. Ganz nebenbei wird es hier gemacht. Wobei ich kann jetzt auch mal ganz nebenbei... beschaffe. Ah, okay. Das ist da hinten. Und der Zug, der ist... Ah ja, fang... Alles klar. Ey, gut. Dann würde ich trotzdem jetzt erstmal hier das machen. Weil... Ja, warum nicht, ne? Jetzt komm, jetzt stell dich nicht an. Ey, das gibt es doch nicht, oder? Ist das jetzt ernsthaft? Boah, muss ich jetzt nochmal extra dann hierher kommen? Irgendwann mal zu einem späteren Zeitpunkt. Äh... Äh... Das... Tja, das ist doof. Also falsch. Schade. Gut, hilft nix. Hilft nix. Leider. Das hätte man schon anders machen können. Das ist schon ein bisschen doof. Das ist schon ein bisschen doof. Ja, ja. Das ist doof. Das finde ich jetzt nicht so. Ne. Ne. Ne, das mag ich jetzt nicht. Finde ich ziemlich demütigend jetzt. Das spawnert einfach keiner mehr. Das ist... Ne. Das muss halt nicht sein. Ich meine, das ist jetzt nicht so extrem störend. Aber ich reg' mich halt schon irgendwie auf, ne? Ich bin halt schon irgendwie so ein kleines Kind. So. Dann fangen wir uns mal einen ferngesteuerten Zug. Wo ist denn hier ein ferngesteueter Zug? Zeig den mir. Ah, da hinten. Mhm. Du kannst dir aus dem Lager einen Bombenwagen besorgen. Ach so. Schließe die Tür am Ende des Gleises, bevor die Bombe sie erreicht. Ah, ah, oh. Hä? Was ist das denn? Wie, 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 wie? Gut gemacht. Jetzt starte ich... Aha. Du bist echt stark. Schaff das Ding zu dem stillgelegten Eisenbahngreis und bring es auf Kollisionskuss mit dem Illini-Umzug der Sheriffs. Äh, was? Aha, okay, cool. Ja, cool, mach mal. Sofort. Warum nicht? War irgendwie jetzt einfach. Irgendwie. Aber... Okay. Ach, scheiß. Ach so, ja. Was? Was? Was zum Teufel? Wir waren gerade los! Ne, ist okay. War es zum Scheiß, Leute. Ey, ich könnte schon wieder aufhören. Ich könnte jetzt schon wieder aufhören. Ich könnte jetzt schon wieder aufhören. Ich... Du hast die Explosion vermasselt? Verdammt, die Chance ist im Heimer! Danke. Wäre es, wenn du mich mal sonst wo leckst. Na? Wie wäre es damit? Ich könnte jetzt... Nee, 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 nee. Scheiße. Eine Scheiße. Und vor allen Dingen, ich darf jetzt... ...noch mal an diese Tafel da runtergehen. Dann darf ich noch mal hier hingehen. Ah, ist doch nicht schön. Ah, das ist doch. Das ist... Wichtig, es ist wichtig. Oh Gott. Nee, ich raste aus, ey. Ich raste aus. Wenn mir so ein Scheiß-Penner da oben ist. So. 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 Wir haben alles, was wir für den Bauern der Erde verbrauchen. Wirf die Bombe vor einem Skagbau auf den Boden. Sprengst du auf was? Das wird bestimmt lustig. Oh. Nee. Aber ich muss sagen, das... ...lohnt sich doch eh alles super. Weil ich muss eh nochmal die Karte neu laden. Weil damit die anderen Viecher da hier... Ich bin da einfach halt runtergefallen, ne? Weil... Das muss man sich nicht vorstellen. Das muss man sich halt einfach vorstellen. Token einlösen. Möglicher Elementareffekt. Dankeschön. Und ich hab hier wieder was zu vergeben. Endlich zahlt sich mein Training aus. Ja, ja, richtig. Erhöht die Zielgenauigkeit meines Geschützes. Äh! Hm, Entschuldigung. So. Erhöht... Erhöhen wir den Schussschaden. Warum nicht? Ich sag's euch, Leute. Da ist es. Dumme Zwergkrate. Los! Sterb! Ich seh dieses... Oh, oh. Eine Laborrate. Was zum Teufel ist das denn für ein Teil? Das ist ein ziemlich... Wow. Ach so, es sind schon zwei. Oh je. So. Jetzt könnt ihr alle Spaß in eurem Teil haben. So. Meine Tunnelratte ist auch tot. Der ist auch tot. Auch tot. Auch tot. Es fühlt sich so gut, dann alles umzubringen, wenn... Wenn hier irgendwas versagt. Hm. Es gibt nichts besseres. Nee. Ach Gott. Das ist so cool. Das ist so cool. Es ist so cool. Was soll ich sagen? So. Mhm. Ähm. Die Banken sprengen. Ach ja, genau. Wir müssen jetzt die Bombe platzieren. Da müssen wir das noch zwei machen. Und das dürfen wir dann neu anfangen. Wo ist denn Finks Slaughterhouse? Weiß man nicht, oder? Brauchen wir nicht. Bitte. Bitte, bitte. Entstehere den KI-Kern in den... Oh, das dürfen wir auch noch machen. Level 13. Ja, das ist cool. Wir haben doppelt so viele Level. Ob wir das hinkriegen? Schwierig. Würde ich... Weiß ich nicht. Kann ich gar nicht... Kann ich gar nicht so sagen. So. Jetzt plündern wir hier nochmal alles. Was wir haben. Ach, sind alle da oben? Ach, sind alles da oben? Diese kleinen Feiglinge. Diese kleinen Feiglinge. Oh, jetzt habe ich irgendwas aufgenommen wegen dir. Wegen dir habe ich jetzt irgendwas. Okay, gut. Nee, das hat ja eh keinen Sinn mehr. Es ist eh gelaufen hier alles. Ja, wenn dann müssen wir doch hier die ganze Bombenzeug... Hier spricht Deputy Winger. Bitte lasst euch nach Beginn der Ausgangssperre nicht draußen blicken. Dem Sheriff ist jeder Vorwand recht. Ah, ja. Oh, wie knuffig. Los! Nee, 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 nee. Nein, nicht weglaufen. Ah, er wird eingesaugt. Er wird trotzdem eingesaugt. Ja! Aber stirbt halt nicht. Okay, gut. Wir machen hier ganzes Pause. Es ist eh wurscht. Ich muss eh die Karte dann nochmal neu starten. Und... Vielen Dank für's Zuschauen. Ich habe dir gefallen. Ich freue mich, dass ihr euch im nächsten Video bei Boreins 2 mit mir dabei seid. Mein Name ist das für heute. Auf Wiedersehen. Tschüssi!